Ja, hallo, ich bin die Angelika Basting-Enders. Ich komme aus Stade. Ich bin in der Außenstelle Stade beschäftigt und arbeite seit 13 Jahren für Friedehorst. Mit Unterbrechung einmal, aber bin dann wieder genommen worden. Fand ich total schön, habe ich auch ganz doll drum gekämpft. Ich arbeite gerne bei Friedehorst, weil ich Menschen auf den Weg bringen kann. Ich kann denen helfen, sich selber zu helfen, kann denen Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie selber klarkommen. Es gibt ja Situationen, wo man ganz traurig ist, weil man seinen Job verloren hat und da wieder rauszukommen und da rauszuhelfen, das macht mir Freude.